Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was habt ihr in dem Cocktail getan? Ein klein wenig Mescaline. Wer weiß, was aus dir wird, wenn ich nicht für dich bete? Damit du endlich mit den Drogen, dem Alkohol und deinen sexuellen Eskapaden aufhörst. Was habt ihr in der Drogen? 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 Was habt ihr in der Drogen?